Das ist ironisch gemeint. Ich will es trotzdem aufgreifen, weil es trotzdem irgendwie gesellschaftlicher Konsens zu sein scheint. Das Desaster liegt doch noch ganz bestimmt in ganz weiter Ferne. Nein, ist es nicht. Es ist heute, es ist hier, es ist jetzt. Schaut euch um, guckt euch die Durre an, guckt euch Frankreich an, wie sie Trinkwasser rationieren und so weiter. Wir sind mittendrin und so viel kann man schon sagen. Jeder Tag wird beschissener. Es wird nicht besser. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt irgendwie eine Bremse rein zu hauen und dann bleibt das mal so. Und dann geht's, was wir machen können, was wir machen können.